Heinz Leitner ist zehn Jahre Wirt der Zwickauer Hütte in Südtirol. Er ist in Pfelders und weit darüber hinaus ein Begriff und inzwischen kennen ihn auch viele Zwickauer. Der letzte Teil der Reihe über sein Jubiläum ist der persönlichste. Hier erzählt uns Heinz Leitner auch so manches Privates. Heinz Leitner sieht man auf der Hütte im typischen Gebirgsoutfit. Doch lange Zeit trug er auch feinen Zwirn, wie man landläufig sagt. Denn bevor er Hüttenwirt wurde, war er im Finanzsektor tätig, genauer gesagt in der Finanzberatung. Davor war er im Raiffeisenverband als Marketingmanager beschäftigt. Wie kam er zur Zwickauer Hütte? Das war eigentlich ganz urkomisch das Ganze. Man hatte keinen Pächter gefunden, nachdem die Hütte an das Land Südtirol überging vom Kai. Und da war Not am Mann und da bin ich mit einer Bekannten eingesprungen, einfach so aus Jux, um mal was Neues auszuprobieren. Und dann war es effektiv so, dass ich dann da hängen geblieben bin, obwohl ich zunächst ja nur einmal eine Saison da arbeiten wollte. In Sachen Finanzen und Marketing war er fit, aber reichte das aus? Ich hatte überhaupt keine Ahnung von einem Schutzhaus, von der Gastronomie. Ich bin einfach so wie in ein schwarzes Loch hineingesprungen und habe mir eigentlich alles aneignen müssen, was notwendig war. Und das hat er und noch einiges darüber hinaus. Heinz ist nicht nur Herbergsvater, Wirt und Koch. Er kann die Menschen auch bestens unterhalten. Mit Geschichten oder Musik. Genau das macht ihn aus. Was einem an der Hütte Freude macht, das sind die Besucher, die Leute, die das Leben mitbringen. Und das gibt eigentlich sehr viel Kraft auch. Wenn man merkt, wie die glücklich sind und das alles genießen und sich daran freuen, an der Natur. Auch die Herzlichkeit wird uns immer wieder genannt. Sie sind erstaunt, dass wir da auf der Hütte eigentlich so einen Frohsinn an den Tag bringen. Und ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Team. Das Team habe ich bereits schon seit fünf Jahren immer dieselben Mädchen und die sind einfach einzigartig. Dennoch, das Hüttenleben ist kein Zuckerschlecken. Drei Monate sind keine lange Zeit und doch eine lange Zeit. Man wird mit den Umwelteinflüssen sehr stark konfrontiert. Es gibt eben Nebel, Schnee, Sturm und dann kommt natürlich kein Mensch. Dann werden, um die Zeit zu überbrücken, in dem Zeitraum die Arbeiten getätigt, die man sonst nicht schafft, wenn viele Leute da sind. Aber irgendwann sind auch die fertig und dann kann das schon sein, dass einem so ein bisschen Depression befällt. Aber kaum kommt dann wieder Licht ins Dunkel, also kommt die Sonne heraus, dann ändert sich das schlagartig. Die Hütte verändert das Leben. Man beginnt andere Prioritäten zu setzen, wenn man auf so einer Höhe irgendwie in der Einsamkeit lebt. Und irgendwann kommt einem das Leben im Tal dann irgendwie komisch vor, fremd. Die Hektik der Leute, der Lärm, das Licht, das vergisst man da eigentlich. Und wenn man dann zurückkommt nach drei Monaten Sommersaison, dann fühlt man sich selbst fremd im Tal und weiß nicht recht, wie man mit der ganzen Situation umgehen soll. Apropos, wie geht die Familie mit dieser Situation um? Also für die Kinder ist das kein Problem, die sind alle groß, erwachsen haben selber Familie. Ich bin inzwischen ja auch sechsfacher Opa. Aber mit meiner Frau musste ich das eigentlich klären. Ich habe ihr von meiner Person erzählt und ich habe eben gesagt, wenn ihr das nicht recht wäre, dann verzichte ich natürlich darauf. Aber sie hat gesagt, nein, sie kommt damit klar und deswegen hat sich das dann so ergeben, dass ich schon zehn Jahre hier bin. Meine Frau ist ein Reisetyp und sie nutzt die Zeit, wo ich weg bin, mit Fernreisen und ihre Schwestern besuchen. Eine lebt in München, jemand lebt in London und so und dann ist sie dann da und unterwegs eigentlich. Und dann fällt dir das nicht allzu schwer, wenn ich da drei Monate fernbleibe. Und was macht Heinz Leitner nach der Hüttensaison? Urlaub. Urlaub. Nein. Ich habe sehr große Freude am Kochen. Ich koche so bei mehreren Events zwischendurch. Ich mache auch Musik. Und ja, das wäre es dann eigentlich schon. Und schon viel Urlaub, ja. Aber natürlich, man muss sagen, die Hütte beschäftigt einen das ganze Jahr. Man muss eigentlich immer wieder planen, organisieren für das nächste Jahr. Und sie lässt einen nie ganz los. Also man hat, die Hütte ist einfach da. Man wird damit immer konfrontiert. Es gilt, Sachen vorzubereiten, zu planen. Mein Partner ist ja das Land Südtirol, die Provinz Bozen, der die Hütte gehört. Und da ist man auch ständig in Kontakt damit mit den Leuten, weil man sagt, man braucht das, man braucht jenes, technische Neuerungen und so weiter und so fort. Also die Hütte ist immer präsent. Die Pandemie hat den Hüttenbetrieb natürlich stark beeinflusst. Ja, wir haben den Corona-Einfluss gespürt. Der Juli war sehr schlecht. Der August, jetzt, im August sind die Besucherzahlen gestiegen, einigermaßen gestiegen. Aber man merkt, die Leute haben irgendwie Angst. Sie sind vorsichtig, sie sind besorgt. Und wir versuchen das natürlich dem gerecht zu werden, den ganzen Bestimmungen. Wir haben ja auch alle Anlagen da. Wir haben die Glasscheiben, wir haben die Desinfektionsmittel und so weiter. Die Leute selbst müssen Hüttenschlafsack mitnehmen und eigene Hausschuhe. Also die Maßnahmen, die erforderlich sind, werden bei uns eigentlich alle eingehalten. Insgesamt hat sich die Situation gebessert. Es gibt Dinge, die dem 69-Jährigen noch mehr Sorgen bereiten. Ja, zum Beispiel, wir sehen da den Rotmoosferner, den Rotmoosgletscher. Und am Ende oben sieht man dieses Feldsims. Das war vor vier Jahren noch überhaupt nicht zu sehen. Der Gletscher ging nahtlos über das Joch. Und daran kann man eigentlich erkennen, diese Sims ist jetzt an die zehn Meter hoch. Daran kann man erkennen, dass der Gletscher eigentlich in seiner Gesamtsubstanz um zehn Meter gesunken ist. Das sind tausende Tonnen Eis. Und das erschreckt einen. Wenn ich denke, wie wir da hochgekommen sind, da war auch, das ist der Planferner, der sich da mit dem Rotmoosgletscher trifft. Da war auch noch alles weiß. Und jetzt hat sich die ganze Sache eigentlich sehr stark verändert. Wir haben da diese Geröll, diese Muränenaufschichtungen. Und man merkt einfach, dass durch die Klimaerwärmung alles schwindet da. Und ich könnte mir vorstellen, dass in zehn Jahren nicht mehr allzu viel von dem Gletscher zu sehen sein wird. Wie lange möchte Heinz Leitner noch Hüttenwirt bleiben? Ich sage, ein Hüttenwirt soll seinen Beruf, seinen Job so lange tätigen, solange er motiviert ist, solange er Passion hat. Ein Hüttenwirt muss Passion haben, weil das Leben hier oben kostet viel Substanz, verlangt einem viel ab. Und das ist eigentlich nur zu schaffen, wenn man Freude an der ganzen Sache hat. Wenn die schwindet, dann muss man das lassen. Und so wird das auch bei mir sein. Im Moment habe ich noch die Passion, die Motivation und alles, was dazu gehört. Und so lange werde ich auch weiter die Hütte betreiben. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, drei Mal hoch, 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 hoch. Das hoffen viele Menschen, denn Heinz Leitner wird geschätzt. Im Land und natürlich auch in Zwickau. Durch ihn ist es eigentlich gelungen, dass diese Verbindung zwischen Zwickau und der Zwickauer Hütte und Felder auf so einer kontinuierlichen Basis auch so herzlich stattfindet. Der Heinz ist ein ganz liebenswerter Mensch. Er ist optimistisch. Er hat ja in seinem Berufsleben schon viel erreicht. Er hat sich dann entschlossen, noch Hüttenwirt zu werden. Und ist das jetzt schon seit zehn Jahren. Und ich wünsche mir, dass er so lange gesund bleibt, diese Aufgabe auch im Sommer noch weiterhin übernehmen wird. Und ich werde sicher auch im Ruhestand auf der Zwickauer Hütte vorbeischauen. Hallo Heinz, also ich wünsche dir alles Gute zum zehnjährigen Hüttenjubiläum. Und mach weiter so. Du machst das super. Hab immer viel Geduld und weiterhin viel Spaß und alles Gute. Hekt die Bürste, lieber Heinz!